Jawoller, 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 Leute, heute ist der 22.09.2013 und damit astronomischer Herbstanfang. Für mich beginnt ab heute die diesjährige Feuerwerkssaison und in diesem Sinne herzlich willkommen bei Planet Firework. Heute wieder ein kleines Special für euch. Ich teste mal ausschließlich Niko Feuerwerksartikel und das sind, wie ihr schon sehen könnt, einmal Riesenkanonschläge, Riesenknallfrösche und links das ältere China Knallsortiment. Ich bin schon sehr gespannt auf die einzelnen Artikel und wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. So, wir fangen an mit dem Pyrocracker aus dem China Knallsortiment. So, davon zünden wir auch gleich noch einen zweiten. So, dann machen wir mal weiter mit dem A-Böller aus dem Sortiment. Davon natürlich auch einen zweiten. So, weiter geht's mit dem B-Böller. So, dann geht's weiter mit der Paketcrackermatte. So, zum Schluss zünden wir noch die Tomtoms. So, jetzt ist der Riesenknallfrösche an der Reihe. Jetzt zünden wir mal noch einen zweiten. So, zum Schluss der Riesenkanonschlag von Niko. Der zweite und somit letzte für heute. So, dann machen wir noch mal.